Hallo Löwe, herzlich willkommen zu Alena Taro. Mein Name ist Alena. Löwe, heute möchte ich gerne mit dir für dich, für deine Energie, für dein Sternzeichen, für die Personen, die du vom Energien Löwen kennst, dieses Video teilen, wo wir mal schauen möchten, was ist der mögliche Weg, was ist die Warnsignal-Energie von den Karten für dich, für dich als bewusster Mensch, aber auch eine direkte Ansage für dein Unterbewusstsein. Das heißt, Löwe, was ist das, wovor du dich in Acht nehmen solltest, okay? Denk dran, meine Videos sind immer für alle Altersklassen, für alle Generationen, für Witwer, für Singles, für jeden Menschen, der den Weg zu mir findet, gedacht. Erlaubt euch in Resonanz zu gehen, erlaubt auch, dass meine Frequenzen euer Unterbewusstsein berühren, um euch viele Sachen im Hier und im Jetzt visibler zu machen und euch dabei zu helfen, in die richtige Frequenz zu kommen, okay? Wow, Löwe, guck mal, wie schön, guck mal, wie schön, Mut, die Freundlichkeit, ja, die Selbstreflexion, wie schön ist das denn? Guck mal, Löwe, wir haben hier eine Energie von Löwe, ja, denk dran, es ist ganz egal, wie alt du bist, was du gerade durchlebst. Hier ist wichtig, dass die Karten dir sagen, vorsichtig, ja, mit deiner Impulsivität, vorsichtig mit deiner zu viel Power, ja, vorsichtig, dass du nicht übereifrig wirst. Es geht um die Selbstbeherrschung. Viele Löwen werden im Monat September, wie ich schon seit Wochen sage, okay, auf die Probe gestellt werden, in der Partnerschaft, in der Ehrlichkeit, im Beruf, in der Gesundheit, in der Impulsivität. Es geht um die Selbstbeherrschung. Löwe, lasse dich von nichts und niemandem aus der Bahn werfen. Denk dran, so wie du innen tickst und nach außen projizierst, so werden die Leute mit dir umgehen. Bist du ein Löwe, der das Leben feiert? Bist du ein Löwe, der die Veränderung annimmt? Bist du ein Löwe, der nichts mehr vor sich hinschiebt? Bist du ein Löwe, der komplett angekommen ist? Hoch die Tassen, ja? Dein Leben wird voller Liebe, voller Verständnis, voller neues Aufblühen sein. Genieße es. Diese Löwen, die aber in einer Energie sind, ja, wo die Wut, der Schmerz, der Zorn, die Nerven dich immer wieder aus der Bahn werfen, wo eine Projektion gerade blockiert ist, wo du keinen Ausweg findest, was auch immer. Beherrsche deine Gedanken, beherrsche deine Impulse, sei mutig, einen neuen Lebensweg zu gehen. Warte nicht länger, eine Entscheidung vor dich hinzuschieben, sondern triff die Entscheidung voller Mut, triff die Entscheidung aus dem Verständnis heraus, aus der Liebe zu dir selber heraus. Gebe deinem Leben nicht nur Freundlichkeit, nicht nur Fülle, sondern eine andere Farbe, eine andere Frequenz. Und hier sagt das Tarot, die Karten, Löwe, wir haben vor kurzem ein Video aufgenommen, welche Türen sich dir öffnen. Diese Türe ist immer noch offen, aber hier geht es darum, wenn wir Ereignisse und Veränderungen in unserem Leben mit Freude akzeptieren, ja, ist es unsere Art, Danke zu sagen, weil wir was verändern. Wir freuen uns auch, dass die geistige Welt, dass andere Menschen oder wir uns selber immer wieder uns aus dem Problem herausholen können, immer wieder enorme Energien freisetzen können. Lache, sei fröhlich, sehe nicht immer so engständig die Sachen, ja, du bist gesegnet, du kannst andere Menschen glücklich machen, aber mache dich zuerst glücklich. Komme aus dem Trott heraus, die ältere Generation, es kommen Begegnungen auf dich zu, Begegnungen vom Jenseits, Begegnungen vom Hier und dem Jetzt, Begegnungen, wo das Leben dich aus der Bahn wirft, aber dich immer wieder zurückholt. Ja, lebe den Augenblick, akzeptiere, dass deine Impulsivität, dass deine Fehlentscheidungen, dass deine Projektion andere Menschen aus der Bahn werfen können und nicht wissen, wie sie mit dir umzugehen haben. Hier sehen wir klar und deutlich, je mehr Verständnis du für dich hast, je mehr du dich dem Glauben öffnest, je mehr du dich der positiven Vibes öffnest, je mehr du dich auch spirituell entwickelst, je mehr du dir bewusst bist, dass eine Aktion eine Reaktion bedarf und eine Reaktion wieder eine andere Aktion vor sich hin trägt, wirst du sehen, dass du die Welt und dich selber besser erkennen wirst. Hier geht es vor allen Dingen darum, vertraue auf dich, vertraue auf deine Kapazitäten, setze Grenzen, setze Limits, diszipliniere dich, wenn es nötig ist, aber gehe in die Energie, Ausschau zu halten, um dich herum, ja, Dinge gut anzugehen, aber vor allen Dingen in dir selber, dieses Wunder der Geduld, diese wunderhafte Energie des Verständnisses, dieses wundervolle Licht, ja, diese wundervolle Veränderung anzunehmen, egal ob in großen oder kleinen Schritten, aber mit Erschfurcht begegnest du nicht nur dir selber, sondern auch alle anderen und so werden auch alle anderen mit dir umgehen. Es ist die Zeit für Veränderung, die Zeit für die Selbstbeherrschung, die Zeit zu erkennen, so wie es im Wald hineinschaltet, du schaltest heraus, ja, du bist einen Schritt davon entfernt, in die Vollkommenheit zu gehen, das Puzzle zusammenzufügen, die Liebe anzuziehen, die Gesundheit zu stabilisieren, dein Leben aus einer neuen Sicht zu sehen, beherrsche dich selber, kontrolliere deine Egos, okay, deine Impulsivitäten und lasse es zu, dass du auch selber sagen kannst, manchmal bin ich ein Vollpfosten, ja, und ich stehe dazu, aber ich bin auch bereit, Dinge zu ändern. Nicht, dass du ein Vollpfosten generell bist, sondern, dass wir Fehler machen, ja, ich habe auch viele Fehler in meinem Leben gemacht, ich war 100.000 Millionen Mal ein Vollpfosten und bin 100.000 Mal wieder auf die Beine gekommen und ich habe so viel gelernt in meinem Leben, was ich unheimlich gerne auch mit euch teilen möchte und auch mit dem Tarot. Also der Warnsignal, der Warnhinweis ist, Verständnis zu haben, nichts zu kritisieren, mutig zu sein, nichts vor dich hinzuschieben, ja, die Früchte, die du geerntet hast, zu sehen, zu projekzieren, zu reflektionieren, zu meditieren, Astralreisen auch zu machen, wenn es sein muss, umzuziehen, alles das zu machen, um dem Leben nicht nur die Farbe zu geben, die es verdient, sondern deine Egos zu kontrollieren, deine eigene Einstellung zu akzeptieren, aber auch zu überdenken und das Leben wirklich zu feiern. Ich feiere das Leben und ich habe Verständnis für mich und für alle anderen Menschen und ich blühe auf und ich gebe mir genau das, was für mich richtig ist, auch wenn es da zur Folge hat, Dinge zurückzulassen, Menschen zurückzulassen, Glaubensrichtungen neu zu überprüfen, eine Therapie zu machen, wie auch immer. Möchtest du eine private Legung, schreib mich an, okay, auch für eine zielorientierte Therapie, neue Termine habe ich wieder frei, denk dran, meine Termine sind sehr weit im Voraus immer, also schnell vergriffen, schreib mich also per WhatsApp an. Wir haben hier die Zahlen, die 5, die 10, die 17, die 25, die 21, die 3, die 7, die 9, die 8, die 75, 43, 35, die 12 und die 10. Buchstabe C, Q, S, P, O, X, E, A, I, G, K, N und R. Ja, passt die Zahlen und die Buchstaben darauf an, wo auch immer euch der Sinn noch steht, was auch immer mit euch resoniert. Ja, wenn nicht, lasst es ziehen, dann ist es für jemand anderen. Eure Kommentare, eure Likes, eure Abos sind immer herzlich willkommen. Drückt das Glöckchen für Benachrichtigungen, ja, teilt meine Videos, wenn ihr das gerne möchtet. Auch auf meinem Kanal in Facebook könnt ihr euch gerne einwählen oder euch gerne integrieren. Wir haben immer neue Informationen in allen Bereichen. Aber wichtig ist vor allen Dingen, Löwe, dein Kommentar ist eine Hilfestellung für viele andere Menschen, die anhand der Kommentare in meinem Kanal Hilfe suchen oder erkennen möchten. Es gibt andere Menschen, die in der gleichen Situation sind. Akzeptiere, dass das Leben dir was Wundervolles schenkt, egal in welchem Bereich, aber vor allen Dingen ein Ereignis, was eine Veränderung bedarf in dir. Impulsivitäten, Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin, Selbstliebe wird dich dahin führen, in diese Vollendung zu kommen, in diese Liebe zu kommen, in dieses Glück zu kommen, was auch immer in deiner Situation gerade wichtig ist, okay? Löwe, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe. Schalte bald wieder ein, bald starten noch die Horoskope für Oktober. Alles, was verzögert kommt, heißt einfach, du bist noch nicht bereit, das Außen ist noch nicht bereit, eine Blockade ist noch da und sobald du verbunden bist mit dir, mit deinem ganzen Sein und mit der geistigen Welt, wirst du sehen, egal ob große oder kleine Schritte, du wirst deinem Ziel näher kommen. Also genieße jede Legung und ich freue mich echt, dass du dabei bist. Bis dahin, Löwe. Bye.